Die Tourismushelden Sachsens Mein Name ist Peter Bresan, ich bin Referent bei der Domowina, dem Dachverband der Sorben und ich bin ehrenamtlicher Vorsitzender des Vereins Sorbische Kulturtourismus e.V. Ich bin mit Herz und Seele ein Sorbe. Ich lebe als Sorbe auch im Alltag und mir ist es wichtig, dass auch die Menschen, die hier in die Lausitz kommen, hier in die Region kommen, dass sie auch das erfahren können. An der Tourismusbranche begeistert mich, dass es nicht nur Angebote sind für Touristen, die von außerhalb in die Region kommen, sondern es sind auch Angebote, die für die Menschen aus dem Nachbarort geschaffen sind und somit für jedermann. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass die Lausitz mehr als eine Urlaubsdestination in den Fokus gesetzt wird und dass auch das sorbische Volk als Alleinstellungsmerkmal dieser Region eine zentrale Rolle spielen kann.